Wo sind die Hände? Bleibt die Bühne stehen? Das ist alles wie Schatz und wie Bässe. Außer wie Sender liebt uns die Welt wie, was alles zeigt in dir. Hallo Harry Wollschläger! Jeder der mich kennt, ich bin Schausteller in der fünften Generation und normalerweise kein Festwirt. Also, man schwenkt um, man macht was anderes und das sehe ich in dieser Stadt sehr kritisch. Ich hoffe, dass die Politik uns für die Zukunft etwas unterstützen wird bei der Suche weiterer geeigneter Festplätze. Ich sage Ihnen nur eins, um meine Person ist es mir nicht bange, ich mache irgendwas anderes. Aber ich glaube, die Schausteller sollten in dieser Stadt eine Bleibe haben und sollten Möglichkeiten haben, ihr Gewerbe auszuüben. Also, lieber Thilo, auch wenn das als Wiesenwirt nicht dein Alltagsgeschäft ist, ich finde, du und dein Team, ihr macht hier eine super Figur. Und dafür ein herzliches Dankeschön! Gehen wir los? Ja! Okay! Basi, komm! Ja! War das? Juhuui! Das geht natürlich sehr gut! Das ist ein Karussell! Das der Bürgermeister und das gesamte Bezirksamt immer die Schausteller in guter Erinnerung, wozu ich sagen muss, das könnte man jetzt sagen, das ist kein einfaches Karussell, man kann nämlich die Dose aufmachen und da sind ganz frische gebrannte Mandeln drin, die wurden völlig frisch gebrannt. Also, kann man sich das Leben versüßen, bitte immer an die Schausteller denken, wenn es nicht so gut feiert. Ein Bro-O-Sie, ein Bro-O-Sie, der ihr nicht verliebt. Also, mal was zacken, oder? Ja! 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 Paussellcu, AI! Ja! Jo-O-Hu-Sie, wozu mir die Schausteller einpoohlen die Verięks Straße geht, unscherde DDer, Kaz해요,риг Die Kleser auf mein Kommando, die Krüge! Die Krüge, die Krüge, die Krüge, die Krüge! Die Krüge, die Krüge, die Krüge! Die Krüge, die Krüge, die Krüge! Die Krüge, die Krüge, die Krüge, die Krüge! Die Krüge, die Krüge, die Krüge, die Krüge!